Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist CWZD und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Sky. Letzte Folge haben wir etwas geschafft, was einfach so absurd krass viel Arbeit war und extrem krass lange gedauert hat, was ich aber hoffentlich diese Folge dann letztendlich endlich mal auszahlen will. Und zwar war das der Harvester, Leute. Hier ist er am Start. RF braucht er. Aber wir stellen ihn jetzt als allererstes mal hin, würde ich sagen. Man kann ja noch ein Upgrade später reinpacken und dann farmt er noch eine etwas größere Fläche ab. Ähm, deswegen stelle ich den, glaube ich, mal hier so, ich glaube, ich stelle ihn einfach mal mitten rein, so auf diese Höhe hier. Dann würde der hier vorne alles abfarmen und wenn man das Upgrade reinpackt, dann würde der sogar eine 9x9-Fläche abfarmen. Jetzt habe ich natürlich ja auch noch genau in dem Moment hier vorne alles kaputt gemacht. Ich glaube, das müsste sogar passen dann hier. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Dann könnte der hier eine 9x9-Fläche sozusagen abfarmen, wenn wir dann hier irgendwann nochmal ein bisschen mehr Erde am Start haben. Was wir aber, oh Gott, jetzt hätte ich mir fast wieder das nächste kaputt gemacht. Was wir aber auf jeden Fall dahinter brauchen, ist noch eine Kiste, denn der wirft quasi alles so ein bisschen nach hinten aus. Die können wir uns direkt mal craften. Ach Gott, wir haben ja sogar, ach Gott, wir haben sogar schon eine Kiste am Start. Und da könnt ihr das schon sehen. Ich habe auch noch eine Redstone-Engine gemacht, damit das Ganze dann weitergepumpt wird sozusagen. So, jetzt stellen wir erstmal die Kiste hier hin. So, okay, wollte gerade sagen, wieso stellt er die Kiste da nicht hin. Und jetzt braucht der natürlich auch noch Strom, Leute. Deswegen habe ich ja auch die Wooden Post schon im Inventar. Denn wir müssen jetzt quasi den Strom irgendwie von der Seite darüber legen. Wir haben uns ja immer sehr an den Seiten hier orientiert, deswegen würde ich sagen, hauen wir den irgendwie, wenn es klappen sollte, hier irgendwie so hin. Und dann können wir ja quasi mit dem Hammer hier so eine kleine Ecke machen quasi. So, genau. Und da quasi den Connector, wieso sage ich denn so oft quasi heute, den Connector draufpacken. Haben wir noch irgendeinen Connector? Ja, genau, hier sind wir halt Connector. Hier haben wir Kappels da, damit können wir uns gerade mal hochbauen oder auch nicht. Hä? Irgendwie ein bisschen dumm gelaufen gerade. So, hier können wir uns auf jeden Fall jetzt hochbauen. Da können wir jetzt den Connector draufpacken. Den müssen wir jetzt natürlich hier mit so einem Coil, mit unserer, ja, ich würde einfach mal sagen, wir connecten den da oben mit unserem Windrad, weil das ist ja sowieso komplett eigentlich ein Stromsystem. Keine Ahnung, ob wir das irgendwann mal trennen müssen, ob das dann irgendwann nicht mehr klarkommt oder so. Aber momentan ist das gerade so das Einzige, was mir dazu einfällt, ist das so die einzige Idee. Ähm, oh Gott, ich glaube, jetzt bleibt es erstmal stehen, weil wir hier voll im Weg stehen, glaube ich. Aber connecten können wir es dennoch, genau. Wenn wir uns ein bisschen beeilen, was wir jetzt nicht getan haben, dann könnten wir auch das, bevor es stehen bleibt, wieder abbauen. Aber das haben wir nicht geschafft. Aber komm, wenn ich mich jetzt hier wieder runterbaue, dann läuft das Ding doch wieder, oder? Das war doch das letzte Mal, als wir da unser erweitertes Windrad gemacht haben, nur ein Bug. Jawohl, perfekt. Das läuft, sehr gut. Dann können wir nämlich jetzt hier das Ganze schon mal wieder connecten, ähm, mit einem nächsten Coil. Und dann hier an der Ecke irgendwo, an der Ecke dran, ne? Haben wir hier irgendwo überhaupt sowas? Oder sollen wir das einfach so ins Feld gehen lassen? Das wäre vielleicht auch ganz cool, ne? Wenn wir das hier so versuchen, diagonal hier so irgendwie ins Feld gehen zu lassen, dann könnten wir das hier einfach irgendwie so wegbauen. Ich weiß nicht, ob man die Dinger so in die Luft bauen kann. Äh, warte mal, wir gucken einfach mal, wie es jetzt aussehen würde, wenn... Äh, das wäre so die Höhe. Komm, wir hauen den einen weiter nach vorne. Alter, ich reiß hier aber auch alles ab heute. So. Sieht das cool aus? Sieht ja irgendwie ein bisschen komisch aus, wenn das auf so einem kleinen Stäbchen da sitzt, ne? Mal gucken, wie es aussehen würde, wenn wir das kleine Stäbchen da drunter nicht hätten. Ähm, dann würden wir das hier wegmachen. So, und dann gucken, ob wir das jetzt hier so dran packen. Ja, ich glaube, das wäre schon fast cooler. Dann würden wir hier auch wieder so eine Ecke rausholen. Und uns... Vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir das hier aus Versehen kaputt gemacht haben. Dann können wir nämlich hier quasi den Connector wieder drauf packen. Und dann müsste sich das jetzt eigentlich verlinken. Nein! Too far away! Ach, shit, Leute. Ich dachte, wir könnten hier so eine ganz geile Aktion machen. Aber das wäre zu weit weg und wir bräuchten noch einen Woodenpost. Ah, dann können wir das nicht machen, weil wir gerade keinen zweiten mehr am Start haben. Und ich mache ja wieder alles kaputt. Egal. Wir bauen den nochmal ab. Boah, Leute, meine Nase ist voll, ne? Geil eigentlich auch. Alter, fuck it! Alles wieder abgerissen. Egal, das kriegen wir alles wieder hin. Das kriegen wir alles wieder hin. Hä? Ne! Ist der Woodenpost runtergefallen? Nein! Mein Inventar war voll. Och, nö. Ne, ist nicht passiert, oder? Hat er nicht gemacht. Äh, Woodenpost! Du bist hier doch irgendwo bestimmt noch. Och, komm, jetzt sag mir nicht, dass du runtergefallen bist. Du bist zwar jetzt nicht so super viel Arbeit, aber du bist mir... Aber du bist mir eigentlich einen Ticken zu viel Arbeit, damit ich dich nochmal neu machen muss. Oder übersehe ich den? Ne, der ist hier nicht, ne? Oh, Mann! Oh, Mann, das wäre ja total dumm. Dann hätte ich ja direkt zwei machen können. Okay, Leute. Dann hab ich jetzt hier nochmal zwei gemacht. Leute, ich geb's ja zu. Ich hab den anscheinend da runterfallen lassen. Dann machen wir jetzt hier... 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 Und ich kann das auch absolut nachvollziehen. Aber wir checken das jetzt mal. Also, wir packen den jetzt hier so oben drauf. Dann können wir jetzt hier mit dem Hammer hier wieder so eine Egge machen. Dann gehen wir da vorne hoch. Hoffentlich haben wir genug Connector und genug Coils für die ganze Aktion hier. Äh... Und dann können wir hier... Oh Gott, schaffen wir das so da durch? Da vorne den Connector drauf packen. Jawoll! Und das mit dem verbinden. Sehr gut. Und das sollte doch jetzt von der Entfernung eigentlich locker klar gehen. Wenn wir den jetzt zu dem... Zu der Stelle, wo wir gerade waren. Also hier. Den wieder da raushauen. Oder hier vielleicht sogar. Eher noch. Ja, denk schon. Ähm... Genau. Und dann... Uns hier hochbauen und... Den Connector hier dran packen und das jetzt connecten. Jawoll! Nice! Jetzt geht das Stromkabel hier quasi drüber. Und jetzt brauchen wir nur noch ein Kabel von hier zum... Ha, scheiße! Ich hab's schon wieder kaputt gemacht. Zu unserem, ähm... Harvester. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Oben drauf. Wir schauen mal. Jawoll! RF füllt sich. Und vor allen Dingen geht RF auch wieder runter, weil der schon arbeitet. Oh yo, Alter! Der ist sogar schon fleißig am abbauen hier. Und der haut jetzt all das an Pumpkins. Haut er jetzt hier rein in die Kiste. Also der ist schon schwer am Arbeiten. Das geil ist natürlich aber den Cropsticks. Man muss es nicht mehr planten. Wie wir es zum Beispiel früher bei Novus hatten. Sondern, äh, ja. Das wächst ja alles wieder automatisch. Äh, da muss man ja nicht selber irgendwelche Seeds in den Boden hauen oder so. Jetzt gucken wir. Jetzt kommt der für mich schwierige Teil. Ähm, dass wir jetzt quasi einen Weg machen von dieser Kiste, äh, zu dieser Kiste hier. Also, dass wir quasi automatisch alles hier rein, äh, ballern, dass das hier quasi direkt durchgeht. Ähm, und so ein Harvester wäre natürlich ein Träumchen, wenn wir nochmal ein Harvester für die Kartoffeln hätten. Ich weiß gar nicht, ob es nicht vielleicht sogar fast schlauer wäre, das mit Kartoffeln zu machen. Wir hatten hier, ähm, ja, ich weiß nicht so richtig. Ich glaube, nur die hier haben Growth 10. Und damit die alle Growth 10 haben, müsste man die, glaube ich, irgendwie noch verdoppeln. Ich glaube, äh, letztendlich werden wir sowieso beides machen. Und wenn das hier durchgehend läuft, dann werden wir auf jeden Fall viel Erde haben. Und dann müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen, dass das da irgendwie lange dauert. Ähm, wir brauchen auf jeden Fall eine Cobblestone-Pipe. Und ich muss jetzt hier echt mal langsam ein bisschen noch was wegpacken. Und wir brauchen auf jeden Fall wieder so eine Wooden Transport-Pipe. Die haben wir sogar jetzt genau in dem Moment hier am Start. Plus unsere Engine und, äh, Redstone. Müssten wir hier auch noch. Da haben wir noch einen Redstone am Start. Ähm, damit das die Engine sozusagen, oder damit die Engine das ganze Ding hier antreibt. Ähm, bevor wir das machen, oder machen wir es einfach doch. Oder ich habe ein bisschen Angst, aber ich würde mich tatsächlich wieder ein bisschen nach unten begeben wollen. Haben wir irgendwas Kostbares hier? Ich habe übel Angst, dass ich wieder irgendwie sterbe, oder so. Redstone ist für mich so mit einer der kostbarsten Sachen. Ähm, dann holen wir uns hier den Bucket. Dann bauen wir uns ein bisschen nach unten. Weil ich will das Ganze natürlich untenrum verlegen. Damit das dann auch irgendwie, äh, nicht so doll sichtbar ist. Und dafür müssten wir, warte mal, die können wir auf jeden Fall, die können wir ja schon mal hier dran packen. Aber wenn wir das so machen, dann muss die Engine, muss die doch, die muss doch direkt daneben liegen, oder nicht? Muss die Engine nicht instant daneben liegen? Das finde ich ja auch nicht so cool, wenn ich die jetzt hier so direkt hinballern würde, oder? Ah, dann müsste ich ja die offensichtlich hier so dahin packen. Ach, ich weiß gar nicht, ob das so schlecht ist. Vielleicht ist es auch gar nicht so kacke, ne? Was ist denn, wenn wir den jetzt hier hinpacken? Würde das Ding jetzt eigentlich instant arbeiten? Oder muss das, oder kann ich das auch vielleicht, kann ich die da draufsetzen? Nee. Muss ich die genau jetzt da auf den Boden hauen, oder was? Wie haben wir es denn hier gemacht? Hier haben wir die einfach einen Block daneben gesetzt, aber auf der gleichen Höhe. Schön wird das Ganze natürlich dann nicht. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall zur Sicherheit erstmal irgendwie hier runter bauen, vor allem zur Sicherheit, Leute. Ihr wisst genau, was dabei rumkommt, wenn ich mich jetzt hier nach unten baue. Aber ich will unbedingt nochmal so eine zweite Etage, damit ich nicht jedes Mal mich hier mit dem Wasser irgendwie so abseilen muss. Oha, würde ich ganz gerne hier irgendwie, und jetzt diesmal nicht bitte selber hier alles wieder zubauen, so eine zweite Etage hier reinbringen, dass wir in Zukunft nicht immer mit dem Wasser hier runter müssen. Und ich glaube, das sollte doch so auch schon eigentlich reichen. Warte mal, so. Und dann sind wir eigentlich hier unten am Start. Und boah, Alter, ich dachte gerade echt, ich hätte das Wasser wieder abgebaut. Dann könnten wir nämlich von hier, sieht zwar jetzt gerade nicht so schön aus, aber könnten wir so einen kleinen Weg machen. Und dann haben wir es auf jeden Fall schon mal deutlich einfacher, hier irgendwie was zu bauen, anstatt da die ganze Zeit im Wasser zu hängen. Und ja, letztendlich, glaube ich, sieht man das hier unten sowieso nicht. Oder wir machen es echt gezielt so ein bisschen schöner hier. Und dann sollte das eigentlich auch wieder passen. So, zumindest vorübergehend haben wir jetzt hier eine kleine Leiter und können jetzt hier erstmal runter. Und die Konstruktion dann ganz langsam und in Ruhe, vor allen Dingen richtig gechillt, hier unten mal so ein bisschen planen. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber es gibt auf jeden Fall noch so Goldpipes sozusagen. Alter, was ist das denn? Golden Gloves? Oh, nice, Alter. Die kann ich hier mit diesem Glas, also hier diese Golden Pipes hier. Ich mache mal gerade nur eins, um mal gerade zu checken, ob das funktionieren würde, wenn ich keine Engine hätte. Wir haben hier, haben wir ja sogar noch eine Kiste. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob die vielleicht gar nicht so eine Engine brauchen. Dann könnten wir das nämlich direkt unter diese Kiste setzen. Oh, jetzt sollte ich das vielleicht so ein bisschen besser unterbauen. Ah, egal, das kann ich ja dann später noch beim Abreißen, falls es nicht funktionieren sollte. Und dann hier so eine Kiste hin. Und ob das dann automatisch da durchgeht und automatisch rausgezogen wird. Aber wird es so, wie es aussieht, nicht. Da muss ich wahrscheinlich weder, ich muss, ich weiß es auch nicht. Also ich kenne mich mit diesen Pipes nicht aus. Ich glaube, ich muss das wirklich mit dieser Redstone Engine machen. Zumindest mit den Modpacks, die bis jetzt freigeschaltet waren. Kann sein, dass es vielleicht noch irgendeine Alternative gibt mit einem anderen Modpack. Aber davon habe ich einfach gerade, muss ich ehrlich sagen, keine Ahnung. Okay Leute, ich habe das jetzt mal so gelöst. Also ziemlich offensichtlich eigentlich gemacht. Alles nach außen gelegt hier. Kiste, dann kommt hier die Wooden Pipe, dann kommt jetzt hier diese Redstone Engine. Dahinten würde ich dann die Redstone Fackel einfach dahinter packen sozusagen. Also alles offensichtlich. Übrigens nicht wundern, hier diesen Wooden Post habe ich abgerissen, weil das irgendwie dumm aussah, dass der von da nach darüber geht und dann erst hier rein. Das kann man ja immer noch nachträglich machen, das irgendwie weiter verbinden oder so. Aber so finde ich, sieht das auf jeden Fall deutlich schöner aus. Und das müssen wir natürlich hier noch mit Erde erweitern, damit das Ganze passt. Aber die sollte ja eigentlich nach und nach dann schneller an den Start gebracht werden, wenn das Ganze automatisiert wird. Hier würde dann das ganze Zeug also so weitergehen sozusagen. Und hier vorne ist die Kiste, wo das Ganze dann rein muss. Also dann werden wir das hier so lang leiten und dann fehlt mir dann tatsächlich sogar noch eine Cobblestone Pipe. Die goldene hier, die wäre sogar noch schneller tatsächlich. Macht aber glaube ich keinen Unterschied, weil wir jetzt auch nicht so absurd viel von dem ganzen Zeug haben. Und außerdem habe ich gerade auch nicht genug Wooden Pipes. Deswegen kann ich mir direkt wieder eine neue Cobblestone Pipe oben machen gehen. Aber ich hoffe, dass das dann alles so funktioniert. Eigentlich total dumm, weil man dann zwei von diesen Engines hier im Einsatz hat. Ich frage mich echt, ob man das nicht irgendwie so... Also klar, die könnte man sich dann auf jeden Fall eigentlich sparen. Und die Kiste eigentlich auch, weil alles durchgehen würde. Aber ich finde es hier eigentlich ganz cool, eine Kiste zu machen als Dammelpunkt. Ob das jetzt aber trotzdem so 100% sinnvoll ist, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Wir machen uns auf jeden Fall jetzt gerade hier nochmal so eine Cobblestone Pipe Action. So, 16 reichen auf jeden Fall locker. Und dann verbinden wir das und dann checken wir mal, ob das Ganze denn so funktionieren würde. So, das können wir wieder abmachen. So, und dann bin ich ja mal gespannt, Leute. Eigentlich müsste alles passen. Also es sieht zwar alles gerade echt nicht schön aus, aber passen müsste es eigentlich. Warte mal, können wir die Cropsticks doch nicht hier direkt mal wieder hinpacken? So, dann verbreitet sich das dann auch bald alles wieder automatisch. Und hier können wir jetzt wieder zumachen. Ja, alles nicht ganz so schön, aber wie gesagt, wir gucken jetzt erstmal. Und dann können wir hier dann die Pumpkins reintun, beziehungsweise sie sind schon drin. Und normalerweise sollten die jetzt eigentlich durchlaufen. Und es sieht auch ganz gut aus. Ja, die Engine muss ja jetzt erstmal wieder langsam schnell werden. Langsam schnell. Und dann sollte eigentlich alles ankommen. Und dann sollte das hier nach und nach eigentlich alles durchlaufen. Natürlich müssen wir uns jetzt hier irgendwie nochmal, wir können uns ja eigentlich sowieso mal direkt hier die ganze Erde rausholen, um zu gucken, was denn alles mit der Zeit so dazu kommt. Und wir müssen auf jeden Fall die Pumpkin-Farm da hinten auch erweitern, damit das alles ein bisschen schneller geht. Also ein Traum wäre es auf jeden Fall, wenn das auch hier bei der Kartoffelfarm noch wäre. Und die sich quasi dann in der Mitte treffen würden, also bei der Kiste. Und das würde dann nach und nach alles hier auch von da immer so weitergehen. Aber der, dieser Harvester, ne, der war schon, naja, also im Vergleich zu anderen Sachen war er wahrscheinlich nicht so super teuer. Also da gibt es wahrscheinlich noch Sachen, die noch teurer sind. Aber er war trotzdem, also bei meinem Status hier auf jeden Fall, extrem viel Arbeit trotzdem. Okay, hier geht jetzt auf jeden Fall alles durch. Das scheint eigentlich ganz gut zu passen. Und das würde jetzt auch jeden Moment da oben reingehen. Ich wüsste auf jeden Fall nicht, warum das nicht da reingehen sollte. Nur wir kommen jetzt hier gerade nicht mehr hoch. Warte mal, die Erde benutze ich jetzt mal nicht, die brauchen wir noch. Ich hab doch bestimmt noch eine Leiter hier im Inventar, genau. Dann können wir nochmal gerade hoch und machen hinten noch die restliche Erde hin. Plus die Cropsticks. Und dann erweitert sich eigentlich auch alles wieder automatisch. Und wir müssen mal gucken, ich weiß nicht genau, kann ich ja gleich mal nachgucken, was für eine Erweiterung man da reinpackt, damit der, ähm, damit der eine 9x9 Fläche farmt. Das wäre, glaube ich, so das Nächste. Ähm, dann müssen wir auch nicht so viel Gas geben hier bei der Kartoffelfarm. Wenn wir hier 9x9 ernten würden, wäre das, glaube ich, schon so die halbe Miete. Okay, Leute, das ganze Ding funktioniert, da seht ihr das, da vorne ist gerade ein Kürbis auf Reisen, Leute. Und das ist nicht der einzige. Also es gibt immer ab und zu so einen kleinen Kürbis, der da irgendwie unterwegs ist. Paluten würde sich, glaube ich, freuen. Und ja, das Ding arbeitet jetzt, ist auch hier quasi jetzt unter Volllast. Also die Redstone Torch, äh, gibt dem hier Energie. Und der hat sich jetzt halt hochgeschaukelt. Und ab und zu, immer wenn hier mal ein Kürbis fertig wird, dann funktioniert das auch. Dann, äh, farmt er den ab und gibt den weiter und so weiter und so fort. Und dann, äh, geht das dann da durch. Ist natürlich jetzt noch nicht Vollspeed sozusagen. Ich weiß gar nicht, nachts, glaube ich, wächst das auch nicht ganz so schnell oder so. Aber, ähm, ja, er farmt ja alles ab. Und außerdem, hier sind noch 3 nicht bepflanzt, weil ich irgendwie alles abgerissen habe. Habe ich aber alles jetzt wieder korrigiert sozusagen. Habe ich jetzt alles wieder, Entschuldigung, halbwegs schön gemacht. Und, äh, ja, so sieht das Ganze jetzt von oben aus, Leute. Ähm, ich finde das gar nicht so schlecht, wenn das hier so nach außen hin so aussieht. Ich finde das eigentlich ganz cool. Dann kann man wenigstens die Maschine sehen und sehen, dass hier was arbeitet und so. Ähm, wenn es irgendwann mal eine Alternative gibt, könnten wir das im Livestream oder so irgendwann mal wieder ein bisschen schöner machen. Oder vielleicht dann doch versteckter, wenn man es irgendwann nicht mehr sehen kann, weil überall Maschinen sind. Zum jetzigen Zeitpunkt finde ich das aber noch sehr cool, das zu sehen. Das Ganze würde ich natürlich dann auch noch gerne hier dann dementsprechend in der gleichen Optik auf dieser Seite noch machen, dass dann auch automatisch das in die Kiste geht. So, da ist mal wieder ein kleiner Kürbis. Da vorne war, glaube ich, auch noch irgendwo ein Kürbis unterwegs. Ah, ne, Quatsch, das ist der Dynamo von dem Windrad. Aber ab und zu ist ja mal immer einer unterwegs. Ich glaube, gerade bei so vielen Hoppern und bei so vielen Kisten, bei so vielen Barrels, da wird das schon noch ein bisschen dauern, bis wir da wirklich viel Erde haben. Aber es ist mal wieder ein kleiner Schritt in Richtung Automatismus, Leute. Ja, man muss sich auch mit kleinen Dingen zufrieden geben. Es passiert wenigstens was, ohne dass man sich selber hier irgendwie Mühe machen muss. Und ich bin mir sicher, ja, immer mal wieder, ich habe es jetzt alle ausgelehrt, aber immer mal wieder wird hier mal ein bisschen Erde drin sein. Und wenn wir uns jetzt ein bisschen weniger damit beschäftigen, dann haben wir bald genug Erde, um tatsächlich das Hinterland richtig zu eröffnen. Wie gesagt, das Ganze ist ja quasi noch eine kleine Vorbereitung, damit wir hier bald das Hinterland wirklich an den Start bringen können. Das war quasi nur eine Vorbereitung für das, was eigentlich dann hoffentlich bald hier passieren wird. Und dafür brauchen wir richtig, richtig viel Erde. Das war es aber jetzt für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann werde ich mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben drückt, Leute. Es ist easy take, das Leben nicht zu ernst nimmt. Und wir sehen uns dann in einer weiteren Folge, Mike von Skype. Bis dann macht's gut und tschüss.